Das Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig verleiht regelmäßig den Preis Paper of the Months und würdigt damit herausragende Publikationen von Doktoranden oder Postdocs. Die Preisträgerin im Januar 2014 ist Katharina Arnold-Schrauf vom Institut für Infektionsimmunologie am Twin Core in Hannover. Mein Name ist Katharina Arnold-Schrauf und ich bin Ph.D. Studentin am Institut für Infektionsimmunologie am Twin Core in Hannover. In dem Paper ging es vor allem darum zu verstehen, ob die Erkennung durch dendritische Zellen von Krankheitserregern wichtig ist in dem Gesamtorganismus. Es war bis jetzt zwar bekannt, dass die Erkennung von Krankheitserregern durch das angeborene Immunsystem generell wichtig ist, aber da diese Rezeptoren eine sehr breite Expression aufweisen, also sehr viele Zellen diese Rezeptoren tragen, war nicht klar, ob die Pathogenerkennung durch einzelne Zelltypen, zum Beispiel durch dendritische Zellen, alleine ausreicht, um das Immunsystem ausreichend zu aktivieren. Ich finde es sehr interessant, die Erkennung von Krankheitserregern zu studieren im Gesamtorganismus, weil ein besseres Verständnis dieser Vorgänge kann uns auch helfen, einfach das Immunsystem besser zu verstehen und hier mögliche Ansatzpunkte zu identifizieren, die man auch für therapeutische Ansätze nutzen könnte. Bis jetzt haben wir gezeigt, dass die Erkennung von einem bestimmten Krankheitserreger, von Disterien, durch dendritische Zellen im Allgemeinen, dass das ausreicht, um das angeborene Immunsystem zu aktivieren. Dennoch ist es so, dass diese Gruppe der dendritischen Zellen wiederum verschiedene Untergruppen enthält. Und was hier sehr spannend ist, dass einzelne Untergruppen sehr spezielle Funktionen übernehmen können im Immunsystem. Das heißt, wenn wir es schaffen, unsere Modelle zu verfeinern, wäre es in Zukunft auch möglich, einzelne Untergruppen zu studieren und die Erkennungsprozesse durch diese Zellen eben besser zu verstehen. Und das ist vor allem in Organen wie der Lunge und im Darm spannen, weil hier können wir mit den Modellen, die wir bis jetzt zur Verfügung haben, nicht unterscheiden, zum Beispiel zwischen dendritischen Zellen und Makrophagen. Und dann im Speziellen ist es eben auch nicht möglich, Untergruppen von dendritischen Zellen im Speziellen zu studieren. Also das wäre so eines der spannendsten Ausblicke für die Zukunft. Also zusammengefasst könnte man sagen, dass die Pathogenerkennung durch dendritische Zellen eine äußerst zentrale Rolle einnimmt im Immunsystem, vor allem im Gesamtorganismus.